Was ist das, was der Engel Gabriel dem Daniel tatsächlich sagt? Und dann eine letzte 70. Jahrwoche hat er dem Daniel zwei Fristen genannt, nach deren erstem Ablauf nach sieben Jahrwochen Kyros kam und nach deren Ablauf von 62 Wochen Antiochos Epiphanes kam. Warum hat der Engel diese beiden Könige, diese beiden gesalbten Fürsten genannt? Was war ihm so wichtig? Was verbindet die beiden miteinander? Das verbindende Element ist, dass diese beiden antiken Könige ein endzeitliches Pendant haben, dass in der Endzeit diese beiden Könige, deren beider Königreiche, wieder auftreten werden und aufeinanderprallen werden in Hamageddon in der 70. Jahrwoche. Das war es, was der Engel dem Daniel sagen wollte. Und selbst das ist noch nicht alles. Wir schauen uns das jetzt mal im Clip im Detail an. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche alles Gute und Gottes Segen beim Anschauen. Der Engel Gabriel unterteilt die 70 Jahrwochen in drei Teile. Sieben Jahrwochen, 62 Jahrwochen und eine Jahrwoche. Nach sieben Jahrwochen kommt Kyros. Nach 62 Jahrwochen kommt Antiochos Epiphanes. Beide sind in Gottes Prophetie zwei sehr populäre Herrscher. Aber warum erwähnt der Engel gerade diese beiden? Bei Antiochos scheint es schnell verständlich. Er ist das Bild auf den Antichristen schlechthin. Denn in der Endzeit kommt ein Herrscher, der dem antiken Antiochos Epiphanes aufs Haar gleichen wird. Er wird ein politischer Herrscher sein, der aus Damaskus stammt. Die Bibel beschreibt ihn als ein kleines Horn. Denn zu Beginn seines endzeitlichen Auftretens ist er noch schwach und unbedeutend. Der Ablauf der Ereignisse in der Endzeit, also in der 70. Jahrwoche, ist in groben Zügen wie folgt. Der heutige moderne Staat Syrien wird politisch und militärisch komplett zerschlagen und verwüstet werden. Schlussendlich bleibt nur Damaskus als eine Art Stadtstaat übrig. In Damaskus wird unerwartet ein politischer Führer auftreten und seine Herrschaft beginnen, wenn zunächst auch nur klein und in seiner Gefährlichkeit allseits unterschätzt, der Antichrist. Ungefähr zur gleichen Zeit wird der moderne Staat Israel in zwei Teile zerbrechen. Einen südlichen, das antike Judah mit Jerusalem, und einen nördlichen, das antike Ephraim. Damit entsteht in der Endzeit wieder genau die geopolitische Situation, wie wir sie aus dem Alten Testament bereits gut kennen. Beide, Ephraim und Damaskus, suchen in einer politisch unsicheren und gefährlichen Zeit Bündnispartner und finden sich gegenseitig. Der Antichrist aus Damaskus geht also einen Bund mit dem Norden Israels ein. Für eine Jahrwoche wird der Fürst einen starken Bund mit den vielen schließen. Der Antichrist schließt diesen Bund aber nicht aus einer politisch überlegenen Situation. Und er schließt ihn auch nicht mit ganz Israel, wie immer ausgelegt wird, sondern er schließt lediglich einen Bund mit dem abgetrennten nördlichen Teil Israels, mit Ephraim. Deswegen spricht Vers 27 auch nicht von Israel, sondern nur von den vielen. Diese vielen sind nur der nördliche Teil Israels, der wegen der sich überschlagenden Ereignisse gar keine Zeit mehr findet, ein eigenes Staatsgefüge zu errichten, sondern lediglich eine politisch unstrukturierte Volksmenge ist, die vielen. Durch diesen Bund sind Damaskus und Ephraim in der Endzeit genauso vereint, wie sie das im Syro-Ephraimitischen Krieg im 8. Jahrhundert vor Christus schon einmal waren. Davon berichtet Jesaja 7. Diese endzeitliche politische Struktur ist also gar nichts Neues, sondern ganz im Gegenteil eine exakte Wiederholung dessen, was in der Antike schon einmal war. Zur Zeit Jesajas gab es also eine solche Koalition schon einmal und sie hat damals versucht, auch Judah und Jerusalem in sein Bündnis zu zwingen, um sich dann gemeinsam gegen die bedrohliche Übermacht des sich ausdehnenden Assyrischen Reiches von jenseits des Jordans zu verteidigen. Theologen und Historiker kennen diese antikbiblische, geopolitische Situation bestens. Sie wird sich wiederholen. Innerhalb dieser Koalition gewinnt der Antichrist schnell an Macht und Einfluss. Diese Koalition wird in der Endzeit auch Jerusalem belagern. In dieser Belagerung wird Jerusalem an einem bestimmten Tag zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber diese Wiedergeburt Jerusalems ist nicht Thema der Prophetie Gabriels. Er beschränkt und konzentriert sich auf ein großes kriegerisches Ereignis in der 70. Jahrwoche, Hamageddon, wie wir gleich sehen werden. Es sei hier dennoch erwähnt, dass der Tag der Bekehrung Jerusalems zu Jesus Christus das eigentliche und bislang übersehene Ereignis ist, mit dem die 70. Jahrwoche beginnen wird. Wie gesagt, wird der Antichrist schnell an Macht gewinnen. Er wird in der Mitte der 70. Jahrwoche die Führung der Koalition übernehmen und während der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche dann für die Dauer von 42 Monaten ihr Anführer sein. In dieser zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche wird Ägypten von Süden gegen den Antichristen vorrücken und am Ende wird sich der König gegen Mittag, der Ägypter, mit ihm, dem König des Nordens, dem Antichristen, messen. Diese endzeitliche Aggression geht also zunächst von Ägypten aus. Aber der Antichrist wird sich behaupten. Es wird ihm gelingen, was dem historischen Adiochus Epiphanes nicht gelang. Er wird Ägypten erobern. Und der König gegen Mitternacht, der Antichrist, wird gegen ihn, den König des Südens, stürmen mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen und wird in die Länder fallen und verderben und durchziehen. Und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern und Ägypten wird ihm nicht entrinnen, sondern er wird herrschen über die goldenen und silbernen Schätze und über alle Kleinode Ägyptens. Damit aber nicht genug, denn der Antichrist wird weiterziehen und auch Libyen und Kusch, das war das antike Nubien, das ist das heutige nördliche Staatsgebiet des Sudan, erobern und somit ganz Nordwestafrika seinen Machtbereich einverleiben. Libyer und Mooren werden in seinem Zug sein. Mit diesem großen Feldzug wird die biblisch-politische Welt in zwei Teile geteilt sein. Diesseits des Euphrat regiert der Antichrist und jenseits des Euphrat regiert Persien. Das Staatsgebiet dieses endzeitlichen Persiens wurde bislang in Analogie zur Jesaja-Prophetie als endzeitliches Neo-Assyrien bezeichnet. Johannes beschreibt dieses Staatsgebiet in der Offenbarung als das der Könige jenseits des Euphrat. Beide Reiche formieren sich also zu zwei großen militärisch-politischen Machtblöcken und werden schließlich in Hamageddon zu einer großen endzeitlichen Entscheidungsschlacht aufeinandertreffen. Denn während der Antichrist in Nordafrika einen erfolgreichen Feldzug führt, überschreitet Persien den Euphrat und stößt nach Westen und Süden in das Reich des Antichristen vor. Persien erobert dann zunächst Damaskus, die Hauptstadt des Antichristen, und zerstört es für immer. Dies ist die Last über Damaskus. Siehe, Damaskus wird keine Stadt mehr sein, sondern ein zerfallener Steinhaufe. Die Städte Aroer werden verlassen sein, das Herden da selbst weiden, die niemand scheuche. Und es wird aus sein mit der Feste Ephraims. Und das Königreich zu Damaskus und das übrige Syrien wird sein wie die Herrlichkeit der Kinder Israel, nämlich so zerstört und verheert, spricht der Herr Zebaot. Damaskus wird hier als die Feste Ephraims beschrieben. Warum? Weil die Schutzmacht Ephraims zwischenzeitlich Damaskus geworden ist, mit dem Ephraim im Bund sein wird. Damaskus wird von den Persern derart zerstört und verwüstet werden, dass es dann nur noch ein zerfallener Steinhaufe und keine Stadt mehr sein wird. Die persischen Truppen überfluten dann auch Ephraim, erobern es und setzen sich schließlich in Hamageddon fest. Von all dem hört der Antichrist auf seinem Feldzug in Nordafrika. Es wird ihn aber ein Geschrei oder ein Gerücht erschrecken von Morgen und Mitternacht, also von Osten und Norden, dass nämlich die Perser in sein Land gefallen sind und seine Hauptstadt Damaskus zerstört haben. Sofort zieht er nach Osten und dann nach Norden dem Perser entgegen und er wird mit großem Grimm ausziehen, willens viele zu vertilgen und zu verderben. Beide Armeen treffen dann in Hamageddon aufeinander, der Antichrist und der Perser. Das geschieht in der 70. Jahrwoche und davon redet der Engel Gabriel in Daniel 9. Denn Antiochus Epiphanes und Kyros waren die antiken Vorbilder für diese beiden Endzeitkönige, den Perser jenseits des Euphrat und den Antichristen, die sich zum großen Showdown in Hamageddon versammeln werden. Ihrer beider Heere durchfluten das Land wie eine Flut und bis zum Ende wird's wüst bleiben. Das ist es, was der Engel Gabriel meinte. Und weil das alles so sehr kompliziert ist und vor allem auch so unglaublich klingt, sollte Daniel und sollen auch wir sehr gut zuhören, wenn der Engel redet. Denn erst jetzt beginnen wir die ganze Tragweite der Botschaft des Engels zu verstehen. Es breitet sich vor unserem inneren Auge eine Szenerie aus, in der wir große endzeitliche Heere sehen, die wie Wasserströme die Länder durchfluten und überschwemmen. Langsam erst und erst nach vielen Kapiteln Bibelstudium entsteht das große Bild, das die Daniel-Prophetie uns offenbaren will, wenn wir doch nur in den biblischen Linien denken und verbleiben würden, die uns dort vorgegeben werden. Was der Engel Gabriel dem Daniel eigentlich gezeigt hat, war die große Schlacht von Hamageddon zwischen dem Perser und dem Antichristen in der 70. und letzten Jahrwoche. Und das ist der eigentliche Grund, warum er seine Jahrwochenfristen auf Kyros und auf Antiochus Epiphanes bemessen hat. Denn es wird ein Ende nehmen wie durch eine Flut und bis zum Ende des Streits wird's wüst bleiben. Wie mangelhaft begründet, ist dagegen die landläufige Auslegung der 70 Jahrwochen. Sie setzt den Beginn der Jahrwochen vollkommen willkürlich fest. Sie rechnet falsch, weil sie die beiden ersten Fristen von 7 und 62 Wochen unerlaubterweise hintereinander schaltet. Sie verwendet bei der Berechnung einen Trick, um ein vordefiniertes Ergebnis zu erhalten, nämlich den Einzug Jesu in Jerusalem und seine Kreuzigung. Sie erhält dann auch ein Ergebnis, das zeitlich nicht eindeutig definiert ist, denn das genaue Jahr des Einzugs Jesu in Jerusalem und seine Kreuzigung ist nicht bekannt. Sie erwähnt einen Wiederaufbau Jerusalems nach den ersten 7 Jahrwochen, von dem der Engel aber nichts sagt, denn er kündigt ja nach 7 Wochen nicht den Wiederaufbau Jerusalems an, sondern das Kommen eines gesalbten Fürsten. Lediglich der Beginn der Frist geht von einem Wort aus, das Jerusalem wieder gebaut würde. Mehr aber nicht. Die Ausleger haben dem Engel offensichtlich nicht gut zugehört. Aber das ist immer noch nicht alles. Noch etwas sehr Wichtiges muss Erwähnung finden. Denn seine Vision erhält Daniel nicht im Vorbeilaufen. Er erhält sie aufgrund seines gottesfürchtigen und mutigen Glaubenslebens. Er war ein Bekenner, ein Zeuge und wäre ohne Gottes Eingreifen und Schutz mehr als einmal wegen seines Glaubens zum Märtyrer geworden. Hinter einem solchen Glaubensleben bleiben wir alle weit zurück und deshalb sollten wir die Verse mit einiger Bescheidenheit und Zurückhaltung lesen und auslegen. Speziell die große Vision in Daniel 9 erhält Daniel erst nach einem ergreifenden Bußgebet. Das kann nicht oft genug betont werden. Daniel tat Buße und dann erhielt er Licht von Gott. Ohne Umkehr, ohne Bekenntnis, ohne Buße, ohne Nachfolge erhalten wir von Gott kein Licht für die Schrift. Die wichtigste Lehre, die wir aus der Betrachtung von Daniel 9 ziehen sollten, ist der Aufruf zur Umkehr in unserem ganz persönlichen Leben und nicht die prophetischen Abläufe der Endzeit, denn die erfüllen sich so oder so. Zum Verständnis der Daniel-Prophetie bedarf es also nicht der Intelligenz, sondern der Jesus-Nachfolge. Umgekehrt ist Daniel ohne echte Nachfolge überhaupt nicht zu verstehen, was der eigentliche Grund für so viele unterschiedliche Auslegungen und Spekulationen zum Daniel-Buch ist. Jetzt wissen wir also, warum Gabriel Kyros und Antiochus Epiphanes ankündigte und warum der Engel die 70 Jahrwochen in drei Teile unterteilt hat. Die erste Frist von sieben Wochen reichte bis Kyros. Die zweite Frist von 62 Wochen reichte bis Antiochus Epiphanes. Die dritte Frist von einer Woche handelt von der Erfüllung der Prophetie des Engels in der Endzeit und Theologen und Bibelkenner wissen, dass die hier gemachte Deutung richtig ist. Gottes Wort ist wahr. Kondisiäle und die zweite Frist wird auf dem und die zweite Frist von gegrünen, der Schmerz die dritte Frist und der Frist in der Frist von der Frist und der Frist von der Frist von dem Vielen Dank.